Ich frage mich in meiner jetzigen Situation, muss denn wirklich noch etwas geschehen, um in Bonn eine Entscheidung zu ermöglichen. Letztlich sitze ich ja hier in Partisan-Terroristenhaft seit über fünf Wochen, weil ich mich für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung in der Öffentlichkeit jahrelang eingesetzt und exponiert habe. Manches, was in den letzten Tagen auch von politischer Seite geäußert wurde, muss ich geradezu als eine Verhöhnung dieser Tätigkeit empfinden.